So, und da sind wir wieder und damit zum letzten Level für Darken Count da für heute. So, dann werde ich heute vielleicht noch das letzte da spielen, was auch immer das ist. Was ist denn noch? Ach genau, 2002 in Doom Odyssey. Aber auf jeden Fall für Darken Count das ist erstmal das letzte Level für heute. Vielleicht auch jetzt für die, für die nächste Zeit erstmal, weil es geht ja erstmal wieder Ferien. Äh, Schule wieder los. Und da direkt hinter mir? Ich hab's immer das Ding gerade so. So, gleich wieder von allen Seiten hier. Danke. 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 Ich hab' so scheiß Fleck auf der Brille. Ich glaub' ich hab' gepickselt, wieder ganz mal das Ding schocken. Oh. Äh, nein. So, jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Irgendwelche Schalter besser drücken. Hä? Geht das Ding ja zu. Na, etwas was zu geht, bringt mir aber erstmal nicht so viel. Ich brauch' jetzt mal rausglocken hier, jetzt ist ja hier schon wieder ein Träumchen, geht's, kommt weg. Du auch. Aber die Wörter sollte ich auch frei von nur rausglocken. Außer sie sind mir im Weg. Och ne. Du. So, wieder. Komm her. Danke dafür. So, weiter. Ich bin hier voll abgewogen, lass mich raus, wo ist mein Anfang, dann anfangen. Ich hab' auch noch geoffen, das ist offiziell weh, dann lebt der mal auf, oder ist es noch weiter. Ja klar. So viel weh rum, ich liege, schätze mal, ist es noch weiter. Boah, halt, ich fände hier schon wieder low. Wow. Wow. Wacht, ich fände hier zu machen. Wow. Das ist ab jetzt. ich gehe mal wieder raus so oft wie hier Monster einfach reingespampt so wo muss jetzt hin also gut okay erst mal erst mal hier klar schluss machen erst mal anfangs so von hier habe ich gestartet da soll doch ein schalter so wie sie mir kommt diese drücke scheitert die etwas abschließen malerweise will ich doch irgendwo rein und nicht irgendwo nicht rein verstehe ich nicht oder das ist dafür um die Monster erstmal auszusperren nein oh auch da der kommt ja direkt zu mir oh Alter nein Digger ein Treff und ich bin weg der wird mich ficken der wird immer noch Alter das ist das ist die 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 So, wasser weh? Was ist das? Was ist das? So, wasser weh? auch wieder keine ruhe, was ist denn hier los, obwohl ich so unterruhen heute ich bin in der 2. liga ich bin hier runter, oder? ja, ich glaube das wäre sinnvoll, weil er gerade noch umliegt, aber ich klappe erstmal hier oben auf oh mein gundes, wie der hat sich geblinkt da ist er da zu oh, noch mehr raus da ist auch zu oh, da war zu da war zu da oh ich würde meinen Teil lieber jetzt mal da rein das ist doch der gleiche Raum, wo ich auch vorhin drinnen war, ne? ja, zumindest ist er noch Monster zu kommen doch, ist der Raum, wo ich auch vorhin drinnen war nice, ist der jetzt eigentlich auch nicht mehr aufgeräumt okay, das gefällt mir da ist wieder blau ich habe den gelben ich habe den gelben wo komme ich denn mit dem gelben hin? äh, gelb wow, vier Räume die genau gleich aussehen äh, was dann? äh, gut, dann gehe ich also erstmal zurück wieder aufs Spielfeld hier scheint keine Musik abzugehen sooo irgendwo war der blaue Skuld wo war das das? hier bin ich hoch gekommen dann bin ich nach hier hier war dann die eine Rüstung da... achso, ich bin gerade im Kreis gelaufen ha, wow das ist gut die Frage ist, wie komme ich da rein ist das hier ein Secret? achja, aber jetzt bin ich bereits wahr gut, ich versuch mal achso, jetzt ist alles zu, oder? ne, ach, die sind... ah, wunderbar ist das hier also alles ok, ok, that makes sense hier geht's gleich da hoch hier geht's gleich da hoch das wird richtig spannend hier oh, alter oh, alter oh, alter da ist was gelbes hab ich da schon gedrückt? ich weiß es nicht ich spalter mal ja, hab ich schon gedrückt ok, dann müssen wir das also schon mal nichts oh, scheiße hier ist noch was ah, ich bin los gut ah, Leute ey alles was ich wollte, war euch scheiße nicht Energie abbiegen oh, wie viele oh, wie viele alter, man kann's doch übertreiben hier verfluchte scheiße aber goddammit das ist doch verrückter rückter nein, nein, nein also ich könnte jetzt direkt hier runter aber, achso, dann ist noch zu ok gut, vielleicht doch gar kein gesundes Problem wow also wenn ich jetzt auf der seite des haus platziere, dann ist das komplett wokungslos nein, bin gefallen ja wo sind jetzt alle her die sind wir gerade noch nicht hier das ist doch halt also wo spielt die Musik hier da die das ist doch die 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 ich bin nicht geworfen wird immer genau irgendwo hängen das ist so behindert da brauchst du erst mal eine weise nicht aufgelaufen hier oben und achte was das spiel doch Kann ich mich verarschen? Gut, egal, ich hab ja jetzt die neue Karte, von daher kann ich jetzt auch, äh, warte, was? Eigentlich müsste ich mich mit denen gar nicht mehr abgeben, ich könnte jetzt eigentlich direkt zur Plontüre laufen, oder? Und es würde keiner was sagen, keinem würde es auffallen. Äh, nee, muss da lang. Wie geil das jetzt mit diesen drei Ebenen. Lol. Äh, nein, da kann ich nicht lang. Wo ist jetzt der Engel denn? Wo? So, da kann ich jetzt runter. Nein. Was? Lego mio. Ich will die jetzt irgendwo hoch. Ich will die jetzt irgendwo hoch. Ich könnte auch nach hier und dann nach da und dann komme ich in den anderen Auffang. Da. Genau. Ich hab zwar kein Plan, wo mich das hinführt. Ich könnte was? Ich könnte was? Ich könnte was? Ich fühl dich auf. Ich hatte noch den blauen Schlüssel. Hä? Weil ich hatte was blaues? Hä? Ich möchte mal was. Was? Was? Was mit den blauen Schlüssel? Ich muss da von hinten kommen oder was? Also quasi genau da, wo das selber die Men war. Okay. Ah, super. Ah, super. Ich bin einmal. Errolimoo. Oh. Echa. Oh, super. Ich hab das nicht mehr Wettbewerb! Ich hab das nicht mehr Wettbewerb! Ich hab das nicht mehr Wettbewerb! so weiter für was war das nicht geplant trotz bedanke klar die öffnet sich natürlich und alles von dazu natürlich immer schon rein auch leute wie das verpackt kasper köpfe ich habe 2 also leute dieser schreit selber dienen Wow, ernsthaft? Oh Mann, Alter, ich hasse das. Leckt mich doch einfach mal alle kreuzweise am Rektallacken. Da. Was ist denn schon wieder? Wie kam der da hoch? Naja, eh sorry, das. Hm, mal pasión. Ah seht ihr? Jetzt ist es hier offen. Naja, dann nutzen wir die Chance ab jetzt gleich mal und wir haben da gleich so eine Kugel rein. Keine Chance. 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 so etwas auch geklärt ach wie jetzt, ich kann nicht so springen wie die? ja klar warum ist eigentlich Fernangriff auf Sekundärfeier? ich finde das hier lieber auf Primär machen und das hier auf Sekundär ich finde das hier ich finde das hier ich finde das hier ich habe einen Scherz ich schade ich finde das hier ich habe einen Scherz Ahem! Na gut, ich sag mal so, ich suche noch ein bisschen Rüstung, wenn ich auf der Suche nach Rüstung Monster treffe, eliminiere ich es, aber jetzt jedes Monster suche ich nicht, weil ich höre dem Tuch gerade keine, die scheinen gerade echt im tiefsten Hinterwald zu stecken. Apropos Rüstung. Rüstung? Gibt es immer Rüstung? Ah, okay. Gut, dann hat sich damit auch schon erledigt. Ja, dann würde ich mal sagen, was das ist. So, haben wir alles, haben wir alles. Wir haben fast 200.000 mittlerweile am Punkten. Das ist schon heftig, super schock. Alles schon heftig, ey. Natürlich auch wieder einmal, wo man gleich einmal verschossen wird. Wenn auch von einem einzigen, aber wetten, wenn wir angreifen? Ah, kommen wir noch mehr. Na gut, darum darf ich der Zukunftsdorfer die Gedanken machen. Wir haben es nun erstmal für heute geschafft, für Dark Encounter, wieder für den Schmerz durchgespielt und die sind echt, echt scheiße lang. Und es ist ja, wow. Ich meine hier, Dark Encounter hat zusammen, na gut, 23, Fairstado, also fast doppelte Spielzeit. Dark Encounter hat, obwohl es gerade mal eine Folge mehr ist, fast die dreifache, äh, Größe wie, äh, Doom The Batty. wobei das auch sehr kurze folgen waren und frieden counter ist echt lang und vor allen dingen damit dass es 2 basiert ist und ja eine episode immer zehn von lang ist und sich schon mal eine halbe episode spiele und einmal heißt es wir spielen jetzt hatte ich hier auch noch eine mit mehr als bei den anderen weil eben alle anderen sind um 1 also alte ultimate und ausgerechnet das mit den längsten teilen ist auch das was zum 2 ist und damit auch die meisten folgen hat also aber egal wie gesagt geschafft erst mal 25 also beim nächsten tag kommen die restlichen fünf maps und dann haben wir da kann kommt dadurch ich mag ich mag es ist zwar immer extrem schwer mit den vielen monstern und ja aber die maps an sich sind schon echt geil die seite muss man einfach so sagen also das problem ist halt da kein counter ist halt nicht für den foto geeignet das ist das problem und vor dem kannst du halt zwar mit jeder mit spiel aber nicht überall ist denn halt ultra ausgeglichen was jetzt so die die balance angeht von daher aber da kommt dafür sich auf jeden fall echt geile jetzt werden wir auf jeden fall erst mal und wieder vermehrt genau 2002 odyssee ich habe ich heute echt alle vieles plätze an einem tag naja vielleicht 2022 schaue ich wirklich heute noch durchschaffe sind auch wieder vier folgen und ich habe gerade noch vier stunden bis ich uns betten möchte ansonsten denn morgen noch zum beispiel von der taktik und hier wie diesem taktik und deshalb werden wir morgen sehen heute auf jeden fall erst mal für dark encounter feierabend in dem sinne schau mit v